Ja, hallo zusammen. Hedgecorn zu unserem kleinen Weihnachts-Giveaway. Ein paar Sachen habe ich noch für euch. Habt ihr euch einfach verdient. Es war ein super cooler Adventskalender. Wollt mich nochmal bei allen Zuschauern bedanken. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. War cool. Ich hoffe, ihr hattet dementsprechend genauso Spaß. Und heute natürlich an Weihnachten dann das Doppelvideo. Gleich hier erstmal das kleine Giveaway. Und nachher dann noch unser Chaos-Sealed-Gameplay. Das war auf jeden Fall eine richtig verrückte Sache. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Kommt auf jeden Fall nochmal ein cooles Video. Und an der Stelle wollte ich mich auch nochmal bei Wizards bedanken. Die haben den Adventskalender in diesem Jahr auch wirklich super supported. Und alles, was jetzt quasi übergeblieben ist von Wizards, habe ich für euch heute in das Giveaway reingepackt. Da sind noch richtig nice Sachen dabei. Die wollte ich einfach an euch zurückgeben. Habt ihr euch auf jeden Fall auch verdient. Und in diesem Sinne jetzt erstmal viel Spaß mit dem kleinen Giveaway. So, hier seht ihr die ersten vier Pakete. Diesmal gibt es ein bisschen mehr. Es ist schließlich Weihnachten. Und alles, was ich eben noch hatte, wollte ich eben wieder an euch, an die Community zurückgeben. Also, als allererstes haben wir hier 4x4 Booster Stunde der Vernichtung. Habe ich so aufgeteilt. Dachte, das wäre doch noch ein ganz nettes, kleines, verspätetes Weihnachtsgeschenk. Dann die Sachen kommen ja erst ja nach Weihnachten bei euch an quasi. Und ja, trotzdem habe ich das mal ein bisschen aufgepimpt. Dachte, wäre ganz cool. Kann man ein paar Booster-Battle mitmachen. Oder einfach mal zu Weihnachten aufreißen. Kann man sich ja gönnen. Also, auf jeden Fall. Die ersten vier Pakete hier sind 4x4 Booster Stunde der Vernichtung. Dann als nächstes. Ja, muss ein bisschen größer sein natürlich. Die nächste Person, da habe ich hier noch ein sehr schönes X-Alan-Bundle. Finde ich ja mal ganz cool. Direkt mit der Verpackung. Coole Box. Ist auf jeden Fall auch ein nettes, kleines Weihnachtspaket, dachte ich. Also, dann hier für die fünfte Person quasi dann ein X-Alan-Bundle. Aber ein Ding habe ich natürlich noch. Und zwar hier das große Geschenk. Hatte ich hier noch so komplett. OVP, ein komplettes X-Alan-Booster-Display. Also, 36 Booster. Ich dachte, das wäre doch mal was ordentliches. So, für zu Hause. Könnt ihr auf jeden Fall einen kleinen Draft vielleicht machen. Oder ein kleines Shield vielleicht mit irgendjemandem, mit dem ihr öfters zockt. Könnte auf jeden Fall noch jemand anderen, dachte ich, eine Freude mitmachen. Und ich dachte, das wäre hier ganz cool, um quasi so die Weihnachtszeit komplett einzuläuten. Und dann auch quasi wieder zu beenden. Wir sind ja jetzt quasi am Ende des Adventskalenders angekommen. Aber nachher kommt ja dann noch ein Bonus-Video. Und ich würde sagen, da dann auch wirklich genug Sachen kommen. Lange genug geredet. Wir haben heute schließlich alle bestimmt noch viel zu tun. Und auch in den nächsten Tagen. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall ganz schöne freie Tage. Genießt auf jeden Fall die Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns hoffentlich später noch bei unserem kleinen Gameplay-Video. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.